Fußball-Bundesligist Hannover 96 kann in der neuen Saison auf die Unterstützung der Fans bauen. Auf einer Fan-Veranstaltung beschlossen die Anhänger des Klubs nach übereinstimmenden Medienberichten das Ende des Stimmungsboykotts. Ein Teil der 96 Fans verweigerte in der vergangenen Spielzeit aus Protest gegen die Übernahmepläne von Martin Kind den Support der Mannschaft. Kritik und Protest werde es zwar weiterhin geben, darunter soll allerdings nicht das Team leiden, so der Tenor der Veranstaltung. In den vergangenen Wochen fanden immer wieder Treffen zwischen Fan-Vertretern und 96 statt, nach der vergangenen Saison haben wir mit vielen Menschen auch aus der aktiven Fanszene gesprochen. Wir haben entschieden ein anderes Bild darzustellen, sagte 96-Manager Horst Held kürzlich. Bis zum nächsten Mal.